unser system ermöglicht dass du alles machen kannst um sicher eine drohne zu fliegen wir machen mit diesen beiden firmen die sicherheit also einmal die datensicherheit über die telekom und dann der luftraum über die deutsche flugsicherung kombiniert gibt sicherheit für alle dronik for flight ja also wir mit uns kannst du fliegen ja und wir ermöglichen dir das und wir helfen dir bei allem also wenn du ein problem hast wurf uns an drohnen werden irgendwann größer werden sie werden schwerer werden sie werden mehr machen können sie werden mehr nutzlast transportieren können und damit wird natürlich auch das einsatzpotenzial von drohnen ja unendlich wir haben verkehrsunfall als beispiel und dann schickt eine leitstelle eine drohne zum unfall und guckt wie viele autos sind davon betroffen und wie viele rettungskräfte brauche ich eigentlich das heißt bevor überhaupt rettungskräfte da sind können sie sagen ja einer reicht nicht ich brauche schon drei das geht natürlich komplett über ein operations center das heißt da muss keiner mehr da sein ist ein unfall die leitstelle sagt okay hier ist ein unfall tippt die koordinaten ein und die drohne fliegt los fertig also ich kann sozusagen meine drohne von überall steuern kann sie von überall manövrieren und kann meinen auftrag von überall aus erfüllen und ich sehe uns schon so dass wir unser system weiterentwickeln und dann der anbieter für utm lösungen in deutschland sind und dieses verständnis muss da sein dass es halt eine flächendeckende lösung sein muss die nicht herstellerspezifisch ist die nicht länderspezifisch ist sondern die grenzüberschreitend funktioniert und das ist lte technik so 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 so